Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon! Ähm, ich muss mal gucken, wo wollte ich denn eigentlich hin? Die Wasserfallhöhle. Ui, äh. Äh, hab ich genügend Items da? Naja. Naja, vielleicht sollte ich, da ja, da steht Kling-Plim-Sibis-Bande, vielleicht mir einige Orbs zulegen, die mir hier helfen könnten. Also, sagen wir mal, äh, so. Ja, 1000. Das reicht. So, äh. So, ja, ich habe gehört, dass es viel auf der Expedition gegeben ist, ist lange her. Mal gucken, was, ich glaube, bei dem bin ich jetzt zum ersten Mal, wie Orbs, Sonnenorb. Na, klasse, das bringt mir so gut wie gar nichts. Habe ich vielleicht noch gescheite Orbs in... Äh, habe ich noch gescheite Orbs hier drin? Ich glaube nicht. Nö. Da fällt mir ein. Hm. Ich kann euch... Ich kann euch... Nein. Schon der falsche. Ähm. Ich könnte euch jetzt mal... Äh, die... Ähm. Nein, das war die falsche Taste. Ähm. Einen Moment. Nein. Nein. Ah, das war's. So, Piersigbeere, Skimelbeere. Braucht kein Mensch, das Ganze... Ja. Brauche ich, denke ich, nur eins. Davon. Ja. Weil... Dann kann ich euch nämlich mal die Saftbar zeigen. Da ich ja hier einige gelagert habe. Okay, sechs Stück reichen. Die werde ich jetzt alle mit zur Saftbar nehmen. Nehmen, ja. So, damit ihr das auch mal sehen werdet. Also das erste Mal, erst mal. Ihr werdet das aber noch öfter sehen. Keine Angst. Ja. Ja, komm. Willkommen in der freundlich-spritzigen Panne, Saftbar. Ja, ähm. Blaugummi. Floragummi. Das gibt es für meine Wenigkeit. Floragummi verwenden. Floragummi in den Saftshaker getan. Ganz genau. In diese Richtung schütteln, in jene Richtung schütteln, ordentlich verquirlen und schon ist der Drink fertig. Trinkt Floragummi-Sprudel. Eine pikante Note kombiniert mit einer einzigartigen Bitterkeit führt zu einem erlesenen Geschmack. IQ, yeah! Die IQ-Fähigkeit Statusprüfer. Womit kann ich dienen? Ähm. Weißgummi ist Normal-Pokémon. Das kriegt mein Partner Daniels. Für Weißgummi verwenden, um einen Drink zu verwenden... äh, mixen? Ja. Das werde ich jetzt ein paar Mal machen. Nee, kann es nämlich auch vorkommen. Leichtes, reiches Aroma, das sich auf der... ähm... Zunge verbreitet. Ja. Royal-Gummi ist für Drachen... äh... effektiv. Nehme ich mal wieder. Ja, ich wechsle mich einfach ab. Oh ja, ein erstaunlich gutes Gefühl bei diesem Drink. Royal-Gummi-Püree. Die verschiedenen Aromen harmonieren. Sie verbinden sich bei diesem Drink zu einer außergewöhnlichen Einheit. Und... Und... Das ist nicht alles IQ steigt. Noch mehr. Ähm... Was kriegt... Das kriegt Daniels wieder? Komm, gib her. Gelbgummi rein. Ja... Die Richtung schütteln, jene Richtung schütteln. Yay. Wow. Ey, das ist das Beste, was euch passieren kann. Wow. Das ist... Das ist... Dieser Drink ist so herrlich, so herausragend. Wie hab ich das nur geschafft? Das grenzt schon an ein Wunder. Wo trinkt ihr einen herausragenden Wunder-Trink? Unglaublich. Oder Unglaublich. Niemals zuvor wurde ein derart leckerer, fabelhafter und besonderer Drink von jemandem genossen. Hier und jetzt kostet Nils etwas, das nicht von dieser Welt ist. Hast du gehört, Nils? Du bist der erste Mensch, der so etwas trinkt. Die Kuh steigt. Spezialangriff steigt. Wow. Wundervoll. Verteidigung steigt um drei. Wow. Das ist echt nicht schlecht. Gut. Ähm. Gelbgummi. Nehm ich jetzt wieder. Gelbgummi rein. In die Richtung, in die Richtung, in jene Richtung, ordentlich verquirlen und schon ist der Drink fertig. Gelbgummi-Saft. Yay. Steigt ein bisschen. Naja. Und das letzte kriegt wieder da Nils. Vielleicht hat er nochmal so viel Glück. Yay. In die Richtung, in jene Richtung. Ordentlich verquirlen und fertig. Okay, doch nix. Die maßvolle Süße bringt die natürlichen Aromen gut zur Geltung. Yay. Ach, schade. Naja, ist ja auch egal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Beutel. Gut. Ich werde hier speichern. Und noch ein kurzer Schritt. So, weiter geht's. Wie ihr es wahrscheinlich gerade noch gesehen habt. Ich habe einen Safe State gemacht. Ups. Ich habe die Aufträge gar nicht ausgewählt. Das werde ich noch tun. So. Oh. Und das darf ich auch nicht vergessen. Da in dem Dungeon wahrscheinlich noch kein Kegleon-Laden zu finden ist. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, ihr könnt auch... Ups. Ihr könnt auch in Dungeons Kegleon-Läden finden. Und da könnt ihr auch einen auf Pole machen und... Nein, jetzt nicht gegen die Polen, aber... Das musst du jetzt einfach raus. Auf zur Wasserfällhöhle. Ihr könnt einen auf... Naja. Ihr wisst ja. Auf Pole machen und Sachen klauen. Aber... Ich empfehle es nicht. Denn... Naja. Kegleon ist viel stärker, als er aussieht. Und ich möchte mich jetzt noch einmal entschuldigen, weil... Ähm... Ja, ich wollte jetzt keine rassistischen Witze über die Polen machen. Naja. Ihr kennt das ja inzwischen von mir. Ähm... Absorber. Stirb. Wenn du mich jetzt vergiftest, ey... Dann wäre ich ausgerastet. So. Ups. Ähm... Denn ich denke, ich habe jetzt nämlich... Die einzige Piercissperre, die ich... Ja. Die einzige Piercissperre... Die ich in meinem Beutel habe... Rausgenommen. Hey. Hör auf mir. Oh, eine Silbeere. Ähm... Was könnte ich denn noch sagen? Naja. Ähm... Ach ja. Zu Untergrund 4 müssen wir erstmal... Ich sage dazu immer zu... Und U2, Untergrund 2 immer sowas. Und zu E sage ich immer Ebene. Ja. Also bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt. Und ich wäre... Oh. Da liegt was. Och nö. Kleinkiesel. Braucht doch kein Mensch. Ähm... Zäh... Ah! Da ist das... Da ist unser kleines Siegertreppchen. Ey! Wow! Fuck! Nein! Jetzt habe ich auch noch am Tempo verloren. Okay. Ich muss zusehen, dass ich den schnell fertig mache. Oder auch nicht. Wenn man natürlich so viel Pech hat und Norman heißt. Ach. Es kotzt mich an. Jetzt bin ich... Komm, wach auf! Wach auf! Wach auf! Das ist unfair. Das war unfair, ihr Wichser! Das wird... Das wird euch leid tun. So. Nils, du kümmerst dich jetzt um dieses Scheiß... Tangela, während ich mich um dieses Scheiß Schmerbe kümmere. Stirb! Oh nein, das wirst du nicht tun. Der hat meinen einzigen Belebersamen gefressen, wenn man es so will. Hallo, geht's vor? Verflucht. So. U3, noch nicht. Hör? Da war ein Weißgummi? Und warum bin ich jetzt da nach vorne gegangen? Und warum hab ich noch die Maus im Bild? Wow. Nils hat ein kleines Problem hier. Weich bloß nicht aus. Kümmer dich um dieses... Meine Güte! Ey! Oh, ich bin doch grad so blöd ohne Witz. Aber wenigstens kann ich... Das hier machen. Ha 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 ha. Damit wird mein... Och komm. Es muss doch möglich sein, dass du dieses Vieh erledigen kannst. Oh ne... Jetzt reicht's aber. Scheißvieh. Ah gut. Ich glaub, jetzt kommen wir schon zu unserem ersten... Yo. Der gesuchte Ganova wurde ausfindig gemacht. Hab ich irgendwelche gescheiten Samen? Ja. Zack. So, und jetzt draufhauen. Dive! Äh... Hund. Ist auch nicht... Scheiße, scheiße! Mach wieder ein... Mach wieder ein... Kleines... Nickerchen. Und mir kommt gerade ein Gedanke. Einmal Rauchwolke einsetzen, bitte. Damit kann er uns nicht angreifen, wenn er aufwacht. Gut. Zack. Und jetzt da! 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 Ui! Er ist... befreit von dem Status. Das können wir so nicht... Anleihen. Das können wir so nicht zulassen. Und irgendwie will er gerade nicht aufwachen. Aber ist mir recht. Ey! Ey! Das... Nö. Das geht ja mal gar nicht. So. Stirb. So. Jetzt. Ähm... Wisst ihr was? Ich glaube, ich sollte... Boah, das gibt's doch nicht! Nicht! Oh, scheiße! Halt! Nein! Oh! Okay! Gott sei Dank, ich hab' ihn erwischt. Ah! Wisst ihr was? Ich trau' mir den Rest noch nicht so wirklich zu. Also... Gehen wir hier raus. Kommt in Mission, eindrucksvoll erfüllen. Ihr habt Gehweiher gefangen. Hier ist das Kopfgeld. 250. Nehmt dieses Item als die Belohnung. Schadsam. Erhält 30 Erkundungpunkte. Yay! Vielen Dank für eure Mitarbeit. Mams, 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 mams. M-m-m-m-m-m-m-m-m. Ui! Die Dreieher hatte ich fast vergessen. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgenden Tag wieder einen guten Tag. Okay, gute Nacht. Ist es schon soweit? Ja! Eine Mission hat uns sogar schon gereicht. Kommen wir doch noch ein bisschen in der Story voran. Es gab gerade erst Abendessen. Aber ich konnte noch mehr vertragen. Bei so einer Pampe wird mein Magen nie voll werden. Na gut, die Gildenmitglieder sind jetzt alle im Bett. Gehen wir sie suchen. Äh, was suchen? Was wohl? Die Vorratskammer der Gilde. Wenn wir die Vorräte gefunden haben, schlagen wir uns den Wanst voll. Die Idee gefällt mir, Boss. Okay. Packen wir an. Der nächste Morgen. Aufgestandet ab dafür. Es ist morgen. Wow, wow. Äh, guten Morgen. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Aber immer doch. Äh, äh, äh. Hm. 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 Los. Und drittens. Mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon. Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra. Ah, ihr zwei. Eure Aufgabe für heute ist es, die Vorräte für die Speisekammer aufzufüllen. Speisekammer? Du meinst, wir sollen etwas zu essen besorgen? Richtig. Wir haben heute Morgen die Speisekammer kontrolliert. Aus irgendeinem mysteriösen Grund sind die Vorräte der Gilde plötzlich drastisch geschrumpft. Ja, und wir wissen ja, wie die drei Gründe dafür heißen. Darüber hinaus ist der Vorrat an perfekten Äpfeln verschwunden. Sie sind als einziges Item überhaupt nicht mehr auf Lager. Perfekte Äpfel? Was ist das? Das sind sehr große und sehr schmackhafte Äpfel. Aber nicht nur das. Sie sind auch die Lieblingsspeise des Gildenmeisters. Wenn es keine perfekten Äpfel gäbe, würde der Gildenmeister... Ähm... Der Gildenmeister... Würde... Ah... Was? Was würde mit Knuddelhoff passieren, wenn es keine perfekten Äpfel gäbe? Oh, und ich vergesse es schon wieder. Die Maus ist im Bild. Sorry, Leute. Der Gildenmeister würde... Ja, das würde passieren. Darum flehe ich euch an und geht und hol perfekte Äpfel. Äh, was hat er gesagt? Ich habe nichts gehört. Es würde mich verrückt machen, das nicht zu wissen. Nun gut. Natürlich hol mir welche. Du kannst auf uns zählen. Gut. Und ich finde die perfekten Äpfel tief im Apfelwald. Doch Vorsicht! Es hört sich nach einem einfachen Auftrag an, aber dieser Job ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich geht es hier um den Gildenmeisters. Ah! Also bitte, versagt nicht! Okay. Geben wir wie immer unser bestes Norm. Jo. Und da sehen wir wieder unsere drei Gründe. Wowoho! Sieht aus, als würden sie auf Futtersuche gehen. Weil wir uns letzte Nacht den Magen vollgeschlagen haben. Die undankbare Ausgabe verdanken sie uns. Hahaha! Kuck, 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 kuck. Hehehe. Los, machen wir's auf. Kuck, kuck, kuck. Okay. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz zum Wasserloch. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Natürlich will ich das. Äh, 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 äh. Ach! Ja, gut. Ich würde dann sagen, wir machen hier einen Schnitt und sehen uns im nächsten Part... Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel wieder. Bis dann! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!